Die Leute scheinen sich prächtig zu haben gesehen. Wir haben eine tolle Beerdigung gegründet. Vielleicht lasse ich meinen Aufflaus richten. Leute, die sich in unserem Bordezimmer unkontrieren befreien. Du bist meine Schwester? Hast du nicht geheilt? Ja. Das ist aber schon ein Klaus. Das ist aber schon ein Klaus. Das ist aber schon ein Klaus. Das ist aber schon ein Klaus.